Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Kisten-Opening machen. Ich habe mir nämlich wieder ein paar Paragon-Kisten zusammengefarmt, und zwar insgesamt fünf Stück. Drei habe ich schon im Momentar und zwei weitere werden wir uns jetzt gleich noch holen. Und ich hoffe, dass ich zumindest ein Pet oder eine Rang-4-Essenz rauskriege. In denen können nämlich, also ich habe jetzt zwei neue und eine alte hier vom Rostbolts-Widerstand, können ja hier diese Rang-4-Essenzen sein. Da brauche ich nämlich noch ein bisschen was. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich was rausbekomme. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier mit den M9 an. Also einmal von Uldum, einmal Daumen drücken. Schauen wir mal. Nice, ist eine Essenz drin. Yes! Okay, das ist Gleichgewichts- und Wildheit. Okay, ich habe eine D-Essenz gekriegt. Ich hätte zwar lieber die Tank gehabt. Okay, erste Kiste war schon mal was. So, nochmal Daumen drücken. Zweite Kiste. Da war nichts drin. Und Rostbolzen. War auch nichts drin. Okay, jetzt holen wir uns hier noch eine Kiste. Also ein Ding haben wir auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal sehr nice. So, jetzt haben wir hier nochmal eine. Was war denn das? War das aus der Uldum-Kiste? Das Ding hier? Ich meine schon, ne? Aber das ist die DD-Essenz. Und ich habe aber, glaube ich, ein Tank-Spec drin. Das heißt, meine Theorie, dass das nur in dem jeweiligen Speck droppt, ist auf jeden Fall schon mal widerlegt. Jetzt machen wir die noch auf. Uldum. Okay, da war jetzt nichts drin. Und jetzt muss ich mir noch eine andere holen. Und zwar habe ich auch noch hier die Rajani. Und da werden wir uns jetzt einmal hinporten. Da können wir jetzt gleich mal mit dem Port flexen. Und zwar habe ich die Challenge-Mode-Ports. Und wir müssen hier zum Tor der untergehenden Sonne. Wenn ich zu den Dailies gehe, ähm, ja, ist es immer so eine Geschichte, dann vergesse ich das immer, dass ich ja so einen Port habe. Aber ich kann mich tatsächlich, weil ich damals die ganzen Challenge-Modes in Gold gemacht habe zu Mist of Pandaria und später dann natürlich auch zu Warlords of Draenor, kann ich mich hierher porten. Und dann ist man direkt in den Daily-Gebiet. Und jetzt können wir hier hinten, müsste ich, müsste ich dann direkt auch nochmal eine Kiste holen können. Und zwar die fünfte. Und vielleicht ist da ja auch nochmal was drin. Ich muss jetzt gerade bloß gucken, ähm, hier mit den Essenzen, ewiger Palast, dann das ist hier Rajani, Nihalotha, Ding. Ah, es gibt gar keine Tank-Essenz, die von Uldum ist. Die ist nur von den Rajani. Die, äh, Dings und die anderen Essenzen, wahrscheinlich dann die Heiler-Essenz noch. Was haben wir hier? Rossbolzen, ein Koana, ein Koana. Ah, hier, das ist aus dem Tal, die Bolzen, ewiger Palast. Ah, okay. Dann sind jetzt noch zwei, äh, quasi hier von den Rajani. Interessant. So, die machen wir jetzt auch noch auf, und? Es sind halt zwei Essenzen drin. Glücklichster Mensch, äh, des Planeten. Und das ist sogar die Tank-Essenz. Nice! Das hat sich richtig gelohnt. Und ich muss, äh, gleich schon mal sagen, der Galadin hat mich jetzt hier gerade aufgefordert, dass ich die Kisten aufmachen soll. Und er, er weiß schon, dass er ein Lob kriegen wird. Und ja, hier an der Stelle, gute Entscheidung. Das war gerade richtig lucky. Zwei Rang-4-Essenzen haben wir jetzt aus einem Opening rausgekriegt. Das ist krass. Nein, ne? Kriegst du ein Lob hier. Okay. Top. Hat der Galadin gut gemacht. Definitiv. So, jetzt würde ich sagen, lösen wir sie gleich mal ein. Die Essenzen. Wenn wir sie schon rausziehen. Äh, was ich jetzt aus den Kisten quasi noch brauche, sind die Pets. Und, ähm, also es sind anscheinend drei Essenzen, ne? Es gibt eine Heiler, eine DD und eine Tank. Und zwei habe ich jetzt. Ich habe jetzt die Tank und die DD bekommen. Und brauche jetzt quasi noch die Heiler-Essenz daraus. Aber das lief ja gut. Und ich glaube, die Heiler-Essenz, die ist dann auch von den Rajani. Jetzt schauen wir mal. Lösen wir die mal noch kurz ein. Also, das ist die Tank-Essenz. Ah, ne, das war nicht die Tank-Essenz. Das war die Heiler- oder die DD-Essenz, so rum. Das ist die Tank-Essenz, oder? Genau, hier. Perfekt. Mit der spiele ich sogar ab und an mal, ne? Gut, okay. Jetzt haben wir hier eins, zwei, drei, die ich noch brauche für den Tank. Das ist von Queen. Die habe ich leider damals bei dem Kill nicht gekriegt. Dann Nialothar, Endboss-Mythic. Da sind wir noch ein bisschen weit weg von. Und die PvP-Essenz. Das sind die drei, die ich jetzt noch brauche für den Tank-Spec. Und jetzt hier bei den anderen Specs, das haben wir hier, Rossbolzen-Fallräte. Ankuana. Ankuana. Dann ist jetzt hier aus dem Tal, ewiger Palast, Rossbolzen und auch ewiger Palast. Ach, bei Ensort gibt es nur eine, die für alle gilt. Ah, okay. Also ich habe jetzt noch eine bei den Rajani. Dann zwei beim Rossbolzen und zwei bei den Ankuanern. Und dann halt noch Queen, jeweils zwei. Also immer DD und Heiler ist es halt. Okay. Ja gut. Und die sind anscheinend eh dann für alle Specs, ne. Also das passt dann. Ja gut, es sind jetzt gar nicht mehr so viele. Theoretisch brauche ich jetzt Uldum nicht mehr für Essenzen. Aber es kann natürlich noch ein Pad drin sein. Deswegen werde ich Uldum tatsächlich weiter farmen, bis ich halt das Pad habe. Und zwar können aus diesen Kisten halt dementsprechend auch hier, das ist das Pad aus Uldum, genau. Und dann gibt es noch ein zweites hier. Das ist das Pad von den Rajani, also sprich aus dem Tal. Die beiden will ich natürlich auch noch farmen. Und ja, da werden wir jetzt demnächst wieder ein paar Kisten farmen und gucken, ob wir das rauskriegen. Und ja, Mechagon und Nasjata, wenn ich die Heiland DD-Essenzen noch haben will, muss ich halt auch ein bisschen weiter dranbleiben. Gut, für die Aufnahme hat sich das erstmal. Wir sehen uns dann das nächste Mal gern wieder beim nächsten Kisten-Opening. Und ja, bis demnächst, euer Tila. Ciao. 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 Vielen Dank.